Herzlich Willkommen! So, wir spielen jetzt noch einmal Slender. The Eight Pages, aber diesmal mit einem Trainer, oder Cheat. Der Link ist dann in der Beschreibung. Und, ja, erklär mal, was man jetzt macht kann. Und man hier sieht, ist eine Karte, von dem ganzen Wald, gezeichnet, wo man alles sieht. Und man kann sich zu den bestimmten Orten hin teleportieren. Das zeigen wir später. Dann sieht man unten die Taschenlampe. Da kann man einfach von drauf drücken und dann hat man unendlich lange Licht. Und dann unten, dieser Link da, der kann man unendlich lange sprinten. Und dann darunter kann man dann klicken, wie viele Seiten man hat. So, und da zeigen wir hier mal, was man so alles hier machen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel acht Zettel macht und geht jetzt auf den nächsten, hat man auf einmal neun. Das ist echt ein Wunder. So, ich mach aber jetzt mal wieder neu. Genau. So. Okay. Dann kann man sich halt jetzt irgendwo hin teleportieren. Ja. Wie zum Beispiel daneben. Aufs Haus zum Beispiel. Zum Beispiel aufs Haus. Dann kannst du auch ein Haus machen. Man kann sich auch auf den Tunnel oder auf diese Kanister oder was auch immer was aus. Manchmal kannst du... Manchmal kannst du... Ich habe Tunnel! ... auch teleportieren. Manchmal kannst du dich aber auch auf einen Baum teleportieren. Manchmal kannst du dich aber auch auf einen Baum teleportieren. Manchmal geht aber nur ganz selten. Oder zum Beispiel auf Silo. Das wollte ich schon immer mal machen. Einmal. Einmal. Oder das passiert. Das ist auch so ein Sheet. Oder... Oder ein Bark. Ja. Warum? Ja. Mir fängt jetzt auf die Berge. Welche Berge? Ja. Das ist zum Beispiel ein Sheet-Fotokant. Wo man dann auf die Berge fährt. Vielleicht? Ja. Lauf mal vorne. So. So. Das ist eigentlich ein Bark. Das sind wir gerade außerhalb. Da ist man außerhalb des Zauns. Wenn man links runterfällt, dann fällt man runter. Und dann fliegt der Wald weg. Ja. Da musst du neu anfangen. Aber wie diesmal... Ja. Kannst du... Kannst du... Ganz umgehe ich gleich mal runtergehen? Ja. Ich habe mir von kein Blender. So. Und wie du siehst, sind wir jetzt auf der anderen Seite des Zauns. Was? Keine Ahnung wie das geht, aber wir haben es geschafft. Jo. Ja. Wo sind wir uns runterfällt. Wenn man manchmal, wenn man Glück hat, wo man runterfällt, dass man dann zwei Ländern sieht. Oder dass man mal Hauptsländern sieht. Wenn man mal wieder hochkommt. Ja, das passiert aber nicht so offen. Oh, das findet nichts los. Okay, also schlafen sich so... Wenn es schlafen runterfällt. Ach. Der Baum, der schwebt. Ja, hier schwebt ein Baum. Ja, hier schwebt ein Baum. So muss ich... So, soll ich mich wirklich runterfallen lassen? So. So, jetzt schwebt alles weg. So, jetzt schwebt alles weg. Leider kein Slender. Ich kann ja mal ran suchen. Da hast du auch was. Sieht komisch aus, dass sie eine Leiche. Da ist zum Beispiel eine Leiche, das Slender. Ah ja, das Slender. Hier sieht man die schönen Sachen. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Der passiert echt drauf. Vielleicht wenn du dich dekuportierst. Aber eigentlich ist es ganz schön, dass du dich. Ja. Weil du siehst, wie alles wegfängt. Du kannst laufen, aber... Das passiert nicht. Ja. So, und dann musst du halt neu anfangen. Und hier. So, ich bin jetzt raus. Ja, aber wir versuchen jetzt erstmal und draufzählen, dass ich so viel mit dem Mensch schaffe. So, erst mal den Mannscher, wenn man Glück hat und sich Slender zu einem teleportiert, kann man auf den Brau springen und man dreht sich. Das passiert aber ganz, ganz selten. Dafür musst du nur abwarten und hoffen, dass er kommt. Ein bisschen rumsaltern. So. Komm Slender, komm Slender. So, wir sind gleich wieder da, wenn er für uns steht. So, Slender sitzt da. Jetzt ist er wieder rein. Oh, na toll. Eben war er noch da. Er hat seinen Tentaken dritten. Und er kommt da auch aus dem Settel. Hm. Slender. Wir sind gleich wieder da. Hier, meine... Hier? Siehst du, sehen sie, seht ihr den Slender in der Mauer? Er verwandelt sich gerne in andere Gegenstände, wie man sieht. Jetzt ist er ganz weg. Nein, ist er noch weiter rein. Sein Fuß. Man sieht doch sein Fuß. Er bewegt sich. Und so, er hat sich zu uns getreten. Komm ich mal weg. Ich bin auch auf der anderen Seite. Ich bin ja jetzt durchgegangen. Ja. Dann wird durchgegangen. Ja. So sieht Slender aus. Und ich springe jetzt einfach mal runter zum Slender. Ich bin ja auch gerne. Slender. Hallo. Ja. Ich wurde... Ich wurde angegriffen. Von einer Mauer. Und ja, das war's. Und wir sehen uns später. 4 10 5 5 3 6 12 tolerance 10 14